Ja, weil jetzt starten wir hier im Senftenberger Hafen mit einer Frau, die kennt sich mit großen Schiffen aus, denn sie hat mehrere Jahre mit ihren elf Geschwistern auf einem großen Hausboot gewohnt, auf der Sean O. Kelly. Wir sagen herzlich willkommen und ahoy, Patricia Kelly! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Danke schön! Liebe Patricia, wir freuen uns wie Bolle, dass ihr heute da seid und dass ihr auch noch ein bisschen bleibt. Lasst uns ein Zelt! Oh ja, unbedingt! Komm ich auch bitte! Hallo! Alle Hände hoch! Eins, zwei, drei! Ich danke euch ganz herzlich! Wir sehen uns später nochmal! Wir sehen uns später! Großen Applaus bitte! Patricia Kelly! Ihr Lieben, Patricia Kelly, hier beim großen Hafenfest im Zentrenberg am See! Am wunderschönen See! Und ich muss gerne sagen...